Hallo, guten Morgen. Ja, hier bin ich wieder mit einem spontanen Leid für dich, weil es sind wieder so viele Sachen, wo ich echt nicht glauben kann oder ich kann es doch glauben, weil ich ja auch auf diesem Trichter aufgesessen bin. Ich möchte dich mal fragen, möchtest du etwas verändern in deinem Leben? Möchtest du vielleicht mehr Freude haben? Möchtest du vielleicht mehr Freiheit haben? Möchtest du vielleicht mehr erleben? Möchtest du mehr Geld haben? Möchtest du? Was möchtest du? Hallo, guten Morgen. Ja, was möchtest du in deinem Leben? Und die meisten Leute haben das Gefühl, irgendwas muss anders werden. Irgendwas gefällt mir nicht oder irgendwas ist zu wenig. Irgendwas ist nicht gut und das ist die Antriebsfeder, um in die Veränderung zu gehen, um Veränderung zu suchen. Und die meisten Leute, die suchen nach einem System. Sie suchen nach einer Bedingung, die zu erfüllen ist und die wollen sie erfüllen und dann glauben sie, ja, jetzt geht es weiter. Ich muss noch mehr lernen. Oder ich muss noch eine Ausbildung machen. Oder ich brauche mehr Geld. Das ist eine der geilsten Bedingungen. Ich brauche mehr Geld. Oder auch oft, ich muss erst gesund werden. Oder erst muss diese Zetralala-Geschichte vorbei sein. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute hier irgendwelche Dinge einstellen und nicht tun, die sie gerne tun möchten, bloß weil gerade dies und das noch im Außen sich zeigt. Und die Wahrheit ist, es wird sich immer irgendetwas im Außen zeigen können, das dich daran hindert, Dinge zu tun, zu erleben, zu bewirken, die du gerne bewirken und erleben, vor allem erleben willst. Wir sind noch hier, um das Leben zu erleben. Und wir schaffen uns so viele Gründe und Bedingungen, um das Leben nicht erleben zu können. Stell dir mal vor, das ist eine der wichtigsten Vorstellungen, die ich dir ans Herz legen kann. Stell dir mal vor, alles, was du glaubst, was im Wege steht, sei erfüllt. Stell dir mal vor, du hättest genug Geld. Stell dir vor, du wärst gesund und munter und vital und hättest Lebenskraft. Stell dir mal vor, da draußen wäre eine Welt, die nur auf dich wartet. Was würdest du haben wollen? Was würdest du erleben wollen? Und sei ganz, ganz ehrlich zu dir, weil du kommst so oft gar nicht zu diesen Antworten, weil du damit beschäftigt bist, dass du ja gar nichts machen kannst, dass du ja gar nichts verändern kannst, dass es halt so ist. Und wenn du dieses Leben da draußen, wenn du diesen Science Fiction da draußen hernimmst, um zu bestimmen, was du zu tun hast, dann bist du fremdbestimmt. Dann bist du nicht Schöpfer. Dann bist du nicht in deiner vollen Kraft. Dann bist du nicht in deiner vollen Größe. Und dann fühlst du dich unwohl. Und wenn du dich unwohl fühlst, über lange Zeit hinweg, heißt das Krankheit. Dann wirst du krank. Dann ist irgendwie nochmal ein Beweis, noch ein Beweis mehr für dich, dass nichts geht. Dass nichts geht an Veränderung. Dass es halt so ist. Opfertum. Ausgeliefert sein. Und überall, wo du hinschaust, leben die Menschen nach diesem Motto. Es sind so viele Businesses da, die dir sagen, ich zeige dir, wie du Kunden findest. Weil du glaubst, dass das die Bedingung ist, um Geld zu verdienen. Viele Businesses da draußen sagen dir, ich zeige dir, wie du magnetisch wirst für deinen Traumpartner. Aha. Du glaubst also, dass es im Leben nur möglich ist, glücklich zu werden, wenn du deinen Traumpartner angezogen hast. Bedingung Abhängigkeit. Ich zeige dir Quantenheilung, XY-XY-Heilungs-Methode. Dann wirst du gesund. Du glaubst also, dass es eine Methode geben muss. Eine Methode. Eine Medizin. Eine Vorgehensweise. Eine äußere Sache, die dich gesund macht. Und du glaubst noch so viel mehr von dem Zeug. Und das kannst du alles mal schön sein lassen. Weil erstens mal ist immer das, was du glaubst, wahr. Und wenn du etwas anderes glaubst, ist etwas anderes wahr. Und das ist das Prinzip des Lebens. Das ist das Prinzip der Schöpfung. Du bist der Schöpfer. Das, was du glaubst, ist wahr. So einfach ist es. Bedingungslos. Glaubst du, du bist gesund, perfekt und in Ordnung, schön, gut, richtig, dann ist es so. Glaubst du, an dir ist etwas noch nicht gut genug. An dir ist etwas falsch. Du bist womöglich unheilbar krank. Du bist womöglich von Krankheit gefährdet. Du musst dich schützen vor etwas, vor Krankheit, vor bla bla bla, vor buh buh buh. Ich kann es gar nicht aussprechen, weil ich die Scheiße nicht mehr kreieren möchte in meinem Leben, in meinem Raum. Ich kann nicht mal mehr darüber reden, weil ich weiß, wie kraftvoll mein Wort ist. Mein Wort erschafft. Mein Wort kreiert. Und ein Gedanke ist ein leises Wort. Du kannst doch nicht glauben, dass du etwas denken kannst, ohne dass es einer hört, ohne dass es einer weiß. Jeder deiner Gedanken ist Energie. Und diese Energie ist voll mit den Informationen, den Anweisungen, den Überzeugungen deines Gedankens. Dessen, was du glaubst. Deiner Überzeugung. Das ist da. Ob es jetzt einer hört oder nicht. Deine Welt. Ist voll von dir. Sie ist voll von dem, was du glaubst. Deine Welt ist voll von deinen Überzeugungen. Alle Bilder da draußen, alle Szenen, alle Situationen sind von dir. Von deinen Gedanken, von deinen leisen, leisen, permanenten Worten. In deinem Kopf. Und diese Worte sagen dir alles. Diese leisen, leisen Worte, die nur du hörst. Die geben so krasse Anweisungen an deine Schöpferkraft. Du sagst alles, wie es zu sein hat. Und deine leisen Anweisungen, die sind rauszuhören. Klare Anweisungen, solange du Kunden finden willst, solange du Programme bruchst, um Kunden zu finden, hast du keine Kunden. Ich muss einen Weg finden, um gesund zu werden. Solange du einen Weg suchst, um gesund zu werden, sagst du, ich bin nicht gesund. Du läufst rum und sendest die Information aus, ich bin nicht gesund. Ich muss mehr Geld einnehmen. Ich habe zu wenig Geld. Und das klebt an dir, diese Energie. Das erschaffst du. Du fragst quasi danach, liebes Universum, liebe Schöpferkraft, lieber Gott, bitte zeig mir, dass ich zu wenig Geld habe. Lieber Gott, bitte zeig mir, dass ich zu wenig Gesundheit habe. Zeig mir, dass meine Familie zu wenig Gesundheit hat. Du fragst förmlich nach den Beweisen dafür, für deine Schöpferkraft. Und du kriegst sie jedes Mal. Warum fragst du nicht? Lieber Gott, liebes Universum, liebe Schöpferkraft in mir, wie Florence Scovelshin sagen würde, lieber Christus in mir. Zeig mir meine Fülle. Zeig mir, dass ich genug Geld habe. Und lauf doch so rum den ganzen Tag mit diesen Gedanken und mit dieser Überzeugung. Und dann wäre dein Mantra, deine Affirmation. Ich habe immer genug Geld. Ich bin immer göttlich versorgt. Ich bin immer perfekt. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin geführt und geleitet. Alles ist in bester Ordnung. Aber diese Mantren, die sind so wichtig, diese Lebensüberzeugung. Dein Glaube dominiert alles. Und jetzt stelle dir bitte noch eine Frage. Wer sagt dir, was du zu glauben hast? Deine Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt dir auch nur, dass du eben das geglaubt hast, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Du hast es geglaubt. Und bei mir persönlich war es so. Ich habe so lange geglaubt, dass ich nicht gut genug bin, bis mein Körper letztendlich jede Zelle meines Körpers gewusst hat, dass sie scheiße ist. Dass sie nicht gut genug funktioniert, dass nichts gut genug an ihr ist. Und hunderttausend gebrechen Krankheiten über mich hereingebrochen sind. Bis jede Zelle genau wusste, scheiße. Alles ist scheiße. Wir sind schlecht. Wir sind zu langsam. Du läufst zu langsam. Du bist zu wenig flexibel. Du machst zu wenig Sport. Du bist zu faul. Du bist zu müde. All das habe ich mir gesagt. Jahre über Jahre über Jahre hinweg. Du solltest das noch tun. Du solltest hier noch sein. Du solltest da noch mehr. Ich mache zu wenig. Ich mache zu wenig. Ich bin zu wenig. Alles ist zu wenig. Alles ist schlecht. Bäm. Krasse. Krasse Manifestation. Und die wenigsten Leute verstehen das. Dass dieses Vorstellungen, nur die Vorstellung, nur das heilt, was du deine Vorstellung veränderst, das ist Heilung. Nicht das System, das du lernst. Nicht die Vorgehensweise, die du lernst. Nicht das Handauflegen, das du lernst. Nicht das Blablabla, was du lernst. Alles, was dich dazu bringt, genau zu wissen, dass dein, natürlich, natürlicher Zustand sofort in natürliche Perfektion zurückkalibriert, wenn du keinen Zweifel mehr daran hast, weil du Schöpfer bist. Und jeder Zweifel wird von dir kreiert. Jedes, ah, das kann nicht sein, das ist schwer. Jedes, das dauert lang. Das ist kompliziert. Das ist teuer. Das ist alles von dir gemacht. Das sind Umstände, die du machst. Der will nicht kooperieren. Die sind nicht meiner Meinung. Das sind Umstände, die sind von dir gemacht. Und diese Umstände, die ich jetzt gerade anspreche, möchte ich für mich gar nicht mehr machen. Ich möchte dir über Umstände erzählen, wo du alles tun kannst, wo du der Chef in deinem Leben bist. Ich möchte Umstände für dich kreieren, für mich und für dich kreieren, wo alles leicht geht, wo alles schnell geht, wo alles schön geht, wo alles in Liebe geht, wo die Menschen sich für ihr Leben, für die Leichtigkeit, für das wunderschöne Erleben entscheiden. Ich möchte dich nicht mehr dort abholen müssen, wo es dein Schmerzpunkt ist. Ich möchte dich nicht bei deinen Problemen abholen. Ich möchte dastehen und für dich die Lösung verkörpern und dich immer wieder daran erinnern, wer du wirklich bist, dass du es nicht nötig hast, irgendwelche Bedingungen zu erfüllen, bis bevor du dir erlaubst, deinen Kopf, deine Gedanken, deine Vision, deine Energie, deine Perspektive dorthin zu tunen, wo du es wirklich, wirklich haben willst. Dass du dir erlaubst, die Person, dieses göttliche Wesen hier in körperlicher Haut und Fülle, in körperlicher menschlicher Kleidung hier zu sein und dahin zu beamen, wo die göttliche Vision dich immer schon gesehen hat, bevor du hier auf Erden gelandet bist. Dich dahin zu beamen in deine göttliche Kraft, in deine volle, volle Power, in deine Schöpferkraft. Ich möchte dich dahin beamen. Ich will dir erklären, wie einfach es sein kann, wenn du aufhörst, menschlich zu denken, wenn du aufhörst, so zu denken, in Bedingungen zu denken, wenn du aufhörst, zu glauben, irgendetwas stimmt an dir nicht, irgendetwas ist an dir nicht gut genug, irgendetwas ist mangelhaft, wenn du aufhörst, das zu glauben. Wer bist du dann? Wie denkst und fühlst du dann? Was machst du dann? Das ist so ein krass geiler Prozess, das herauszufinden, das immer tiefer und tiefer sickern zu lassen, immer, immer mehr zu spüren, wie du dich wieder zu dem zurückverwandelst, was du wirklich bist, wo du wirklich Überzeugungen, Überzeugungen, Ansichten über Ansichten auslässt und andere Leute Ansichten erkennst, dass es die Ansichten sind, wenn sie dich stören, die dich selber auch noch behindern und stören. Dass es doch noch ein Teil von deiner Ansicht ist, die zwischen dir steht und deinem Traum und dem, was du wirklich, wirklich bist als göttlicher Mensch, als beseelter Mensch, als Seele im Körper, das heißt es nichts anderes. Die Seele ist nicht deine Psyche. Die Seele ist dein God's Mind, dein göttliches Verständnis von Perfektion und Fehlerfreiheit und Bedingungslosigkeit. Die Seele lebt in Bedingungslosigkeit. Und sobald alle Bedingungen weg sind, kommt dieses Gefühl von Erfülltheit, von Wahrheit, von Klarheit, von Schönheit, von Sicherheit, dass du so, so, so sehr sehnst. Und wenn du das weiter zulässt und dich öffnest für dieses Gefühl, dann wirst du spüren, dass es sich anfühlt wie bedingungslose Liebe. Und wir haben kein anderes Wort. Und dann weißt du, fuck, das ist wahr. Ich muss gar nichts dafür tun, es ist alles in mir drin. Ich muss nur erlauben, 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 all diesen Schrott abzulegen. Und wir kommen immer wieder zurück zu diesen Bedingungen, zurück zu diesen bedingungsvollen Vorstellungen, weil sie uns immer wieder angeboten werden, zu glauben. Es ist ein ganzes System dahinter, das uns kontrolliert und manipuliert über Bedingungen, die sie an uns gestellt haben, irgendwann mal. Und es liegt jetzt an dir, dich darüber hinwegzusetzen und einfach zu sagen, ich weiß, ich bin bedingungslos perfekt. Und als dieses Leben schöpfe ich jetzt mein Universum, meine Welt, mein Königreich und mache es mir richtig schön und kuschelig. Und dann weißt du, dann spürst du, was es bedeutet, zum Beispiel ein Mensch, eine Frau zu sein, die alles ist und alles hat. Dann erhebst du dich über den ganzen Bullshit-Bedingungskram und wandelst in einer neuen Welt, die du noch nicht kennst, die aber schon immer für dich zur Verfügung stand. Und das ist dieser Bewusstseinszustand, den Leute suchen in Meditationen, in Meditationen, indem sie versuchen, äußere Dinge loszulassen und sich womöglich in Höhlen zu setzen und allein zu sein und sich zurückzuziehen und die Stille zu suchen. Aber die Stille muss in deinem Kopf entstehen. Die Stille, die Klarheit, diese glasklare Klarheit muss in deinem Kopf entstehen und niemand verlangt von dir, irgendwelche Sachen nicht zu kreieren, nicht zu haben, die dich erfreuen, die schön sind, damit du in diese Stille kommst, in die Einsamkeit. Du musst einfach nur dieses tiefe Gefühl in dir selber finden, das mit dir umtragen, von mir aus nennen es in deinem Herzen, in jeder deiner Zelle, in deinem Körper so durch die Welt zu wandeln, weil du kannst es nicht erreichen, indem du im Außen alles Mögliche eliminierst und eben auch da wieder kreierst und sagst, es ist schlecht. Erlaube dir zu sagen, die Dinge, die ich habe, die ich möchte, die sind gut, die tragen dazu bei, dass hier mehr Schönheit, mehr Liebe entsteht. Erlaube dir das doch einfach so zu kreieren, zu glauben, zu denken. Mach dir dein eigenes Leben, kreiere die Dinge so, wie sie sind, einfach bedingungslos in Schönheit, bedingungslos in Freude, bedingungslos in Liebe, bedingungslos. Das ist das Zauberwort. Einfach, weil du es entscheidest. Du entscheidest, wie die Sachen sind. Und so geht eben auch Heilung. Und ich habe das doch alles für mich selber rausgefunden und ausprobiert. Und ich habe so viel Geld ausgegeben für verschiedene Heilmethoden, für verschiedene Ausbildungen. und immer wieder war irgendwo da drin, du musst umzu, umzu musst du. Aber nein, es geht nur darum, ich muss es sein, ich muss es spüren, ich muss es die Wahrheit fühlen und denken. Und immer wieder, egal was ich betrachte, muss ich diese göttliche Perfektion wissen. Und das sind meine Teachings. Das ist das, was du genau für dich lernst in deiner Lebenssituation im Moment noch in die Frau, die alles hat, wo du genau all diesen Bullshit abschälst und diese Wahrheit in dir spürst und dich so dermaßen erhebst. und diese Erhebung zum Beispiel, die findet nur im Kopf statt. Jede Energie, die du brauchst, jede Ansicht, die du brauchst, es geht darum, dass du deine Ansichten so wählst, dass ein Gefühl, und ein Gefühl ist eine Energie wiederum, dass eine Energie entsteht, die sich im Außen zeigt. Es geht nur darum. Es geht nur darum, was du in dir entstehen lässt und wie du deinem Kopf, deinem Denken, deinen Überzeugungen beibringen kannst, in eine Energie einzusteigen, eine Energie zu kreieren, die sich so richtig gut anfühlt. Und dann heilst du dich und andere. Dann bist du die Heilerin, die du schon immer sein wolltest. Oder auch der Heiler. Alle, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die sind Heiler von Geburt an. Ich glaube, wir sind alle als Heiler und Heiler in diesem Sinne, das als ganz und perfekt zu sehen. Whole. W-H-O-L-E. Whole, die Welt ist toll. Whole, wir sind heil. Dazu sind wir hier angestartet. Deswegen ist es nicht möglich, dass irgendjemand hier nicht Heiler ist. Weil wir sind mit diesem heilen, perfekten, göttlichen Bild von uns und von der Welt hier gestartet, gestrandet. Und es ist unsere Aufgabe, dieses Bild wieder in Realität zu bringen. Deswegen bin ich mir hundertprozentig sicher, dass jeder eine Heiler-Mission hat. Hier. Und diese ganzen Bullshit-Mindfunk, es gibt schon so viele Heiler, nee, 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 und Heiler ist wuh, 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 und Heiler muss so, so, so. Nein. Heil entsteht in deinem Kopf. Heilung, Ganzheit ist in deiner Vorstellung. Und die Bibel schreibt schon alles von dem, wenn sie richtig gelesen wird. Und diese Jesus-Geschichte ist einfach diese Geschichte, die dir in Erinnerung rufen soll, wie Heilung ist, weil viele Schriften sagen eben auch, der Christus ist in dir. Und wenn du eben rausgehst aus Religion und Kirche, dann weißt du das. Dann nennst du das nicht Christus, dann nennst du das Instanz, dann nennst du das höhere Instanz, dann nennst du das perfekte Liebe, liebende Intelligenz, wie es Dr. Joe Dispenza nennt. Aber es ist da. Und es ist nicht außerhalb von dir, egal wie du es nennst, sondern es ist in dir, es entsteht in dir, und es entsteht dann im Außen, es kommt aus dir nach außen, wenn du es lange genug weißt und siehst, dass es so ist. Und deswegen stimmt einfach immer, wenn gesagt wird, du hast immer Recht. Du hast immer Recht. Aber womit willst du Recht haben? Mit der heilen Welt, mit den heilen Menschen, mit der Vollkommenheit. Willst du doch Recht haben. Also mach dich auf den Weg. Lass all deine Programmierungen und Konditionierungen zurück. Und lass einfach nur diese göttliche Liebe, liebende Intelligenz, intelligente Liebe, von der Dr. Joe Dispenza spricht, regieren. Die, deine dominante Energie zu sein. Die, deinen Lebensraum zu füllen, dein Universum, dein Denken, deine Visionen aus dieser Energie heraus erschaffen. Was machst du dann? Wer bist du dann? Was tust du dann? Was denkst du dann? Welche Worte sprichst du dann? Ja, ich komme mir gerade vor wie das Wort zum Sonntag. Aber es ist mir einfach so, so wichtig, dich da mal von der anderen Seite anzustupfen, wie es die meisten tun. Weil wir haben gelernt, wir kriegen die Aufmerksamkeit der Menschen, wenn wir in ihre Wunden rein stochern und ihre Bedingungen, die sie nicht erfüllen und ihnen klar machen, dass wir ihnen helfen, ihre Bedingungen zu erfüllen. Und dann rennt die Welt und hat plötzlich Zeit und Geld, um Bedingungen zu erfüllen. Und wenn ich dir sage, naja, brauchst du nicht, geh den direkten Weg, dann ist das irgendwie so, ah, kann ja gar nicht sein. Wie jetzt? Ohne Bedingungen zu erfüllen? Ohne das und das machen zu müssen? Wirklich? Nö, das glaube ich nicht. Aber alle, die mir geglaubt haben, die haben gewusst, dass ich recht habe. Weil es nämlich nicht um mich geht und um das, was ich recht habe, sondern es geht um die Prinzipien der Schöpfung. Es geht um die Prinzipien darum, wer wir wirklich sind, wie das Leben wirklich funktioniert. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Sondern ich habe so lange Bullshit abgelegt und Zeug, was mir die Leute erzählt haben, was mir Heiler erzählt haben, einfach hinterfragt und einfach gefragt, hier göttliche Intelligenz, göttliche Liebe. Wie ist es denn? Ist es so? Ist es nicht so? Und dann habe ich die Antwort immer, immer parat. Und dann muss ich es meinem Verstand klar machen. Dann braucht der ein Weltbild, ein Konzept, ein Konzept von mir selbst, wer ich wirklich bin, dass der mir nicht immer wieder die alte Scheiße vormüllt und mir sagt, ja, aber doch, aber doch, du musst doch, aber doch musst du mal. Nein, muss ich nicht. Ich muss einfach sagen, wie ich es haben will und dann muss ich in den Zustand gehen, wie es ist, wenn es schon so ist, wie es wirklich für mich richtig, liebend, perfekt ist. Und dann muss ich das laufen, auf die Straße bringen, tagtäglich, damit verbringen in diesem Seinszustand, bis der Switch permanent ist. und es ist nichts von dem, was du bei deinen Freunden, bei deinen Bekannten siehst und die aller, allerwenigsten, sind sich dessen bewusst, dass es darum geht, diesen Seinszustand in absolute Fülle, ohne irgendeinen mangelhaften Gedanken, der sich gegen mich, über mich wendet, hier auf ins Leben zu bringen, auf die Straße zu bringen. Walk your talk. Was können die anderen denken? Die anderen denken genau das, was du denkst. Und wenn du denkst, du möchtest das jetzt, du möchtest so leben, in Fülle, Freude, Gesundheit, Leichtigkeit, dann geht es nicht darum, dass du dich fragst, welche Bedingungen muss ich erfüllen, um das zu erreichen, sondern es geht darum, dass du dich fragst, was muss ich denn aufhören zu tun? Was muss ich denn einfach nicht mehr tun? Was muss ich denn einfach nicht mehr glauben? Was muss ich denn einfach nicht mehr suchen? Um endlich zu wissen, es ist alles schon da. Das ist das Prinzip. So funktioniert es. Aber jetzt das Ganze wirklich, wirklich zu verinnerlichen, diese Wahrheit so groß zu werden lassen in dir, dass keine Lüge mehr Platz hat, das ist ein Prozess. Prozess. Genauso wie es ein Prozess war, wie du von kleinem, reinen, perfekten Baby dahin gekommen bist, wo du jetzt glaubst, dass du es bist. Es war auch ein Prozess. Wenn du das jetzt verändern möchtest, dann darfst du dich auf diesen Weg machen, auf diese Reise machen und all diese Geschenke auspacken. Auspacken. Die für dich eh schon dastehen. Geh den Weg. Du kannst mit mir gehen, du kannst mit uns gehen, mit den Mentorinnen. Die Frau, die alles hat, es läuft jetzt noch fünf Wochen. Du kannst immer noch kommen. Du kannst immer noch mitreisen. Du kannst immer noch in diese Geschwindigkeit eintreten, die dort herrscht. Es ist wie ein Zug, der richtig groß Fahrt aufgenommen hat und wenn du bereit bist, dich zu beschleunigen, in einer schnellen Art und Weise, springst du dort auf. Wenn du es gerne langsamer haben willst, von Anfang an, dann fängt die nächste Ausbildung Master of Divine Creation und Master of Divine Healing bald an. Master of Divine Healing Den kannst du jetzt schon anfangen, weil das ist ein großer Teil Selbststudium mit Videos, Üben, Du für dich, Dich selber heilen und andere ausprobieren, reinfühlen. Da kannst du jetzt schon anfangen und der Masterkurs Master of Divine Creation stellen wir gerade zusammen. Ich kann dir noch nicht mal sagen, wie lange das wird, wie lange das dauern wird, weil es wird so großartig, weil diesmal die Mentorinnen auch beteiligt sind und ihren Part einbringen, ihre Meisterschaft, das, was sie für sich insbesondere gemeistert haben. Ja, und dann wird es von mir auch noch ein riesengeiles Programm geben, aber das ist ein lebensveränderndes Programm. Größer, höher, weiter, auf einem Level, wo, ja, wo du schon ein bisschen klar und angekommen sein musst und dir erlauben musst, ich will hier verdammt ein geiles Leben kreieren. Ich will einfach voll wissen, alles ist möglich, ich mache mir alles möglich. Also, happy day. Ist doch länger geworden. Ciao, ciao.